Das Kabinett Chirac II war die französische Regierung vom 20. März 1986 bis zum 10. Mai 1988. Vorangegangen war der Wahlsieg der rechten und zentristischen Parteien geführt von RPR und UDF bei der Parlamentswahl 1986, weshalb Staatspräsident François Mitterrand deren Kandidaten Jacques Chirac zum Premierminister ernannte. Damit begann die erste Kohabitation der Fünften Republik. Für Chirac war es die zweite Amtszeit als Premierminister. Die Regierung wurde mehrmals umgebildet sowie erweitert. Am 10. Mai 1988, zwei Tage nach dem zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl, trat die Regierung zurück, um dem im Amt bestätigten Präsidenten Mitterrand die Neubildung einer Regierung zu ermöglichen. Mitterrand ernannte das Kabinett Rokat I unter dem Sozialisten Michael Rokat und löste die Nationalversammlung auf, womit die Kohabitation endete. Kabinett Dem Kabinett gehörten folgende Minister an, dem Kabinett gehören ferner folgende beigeordnete Minister und Staatssekretäre an. Kabinett